Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute geht es um das Pokémon Fragons, denn wir stellen uns die Frage, wie spielt man dieses Pokémon? Fragons ist ein besonderes Pokémon der 9. Generation, denn es hat eine weibliche und eine männliche Form, wie zum Beispiel Fassersnub. Man könnte Fragons auch mit den Pokémon wie radikal vergleichen, denn es hat jetzt nicht die besten Stats. Wenn man sich jetzt zum Beispiel die Statuswerte von den Pokémon anzieht, sieht man gleich, dass das männliche und die weibliche Form verschiedene Stats haben. Das männliche Fragons hat weniger HP, dafür hat es mehr Angriff und mehr physische Verteidigung, aber dafür weniger spezielle Verteidigung. Man könnte sagen, dass das weiblichere eher defensiv ist, aber das Blöde an dem Pokémon ist einfach, da es von einem Typ normal ist, hat es keine Resistenzen, nur eine Immunität, nämlich Geist. Und dafür aber nur eine Typ, der Fragons sehr effektiv trifft, das ist aber leider Kampf. Und wie ihr wisst, ist Kampf ein sehr guter offensiver Typ. Und wenn man jetzt auch sagt, Fragons könnte ein gutes defensives Pokémon sein, denn es reicht auf Level 50 bei 200 KP, aber die Verteidigungswerte von den Pokémon sind jetzt nicht so gut. Zum Beispiel das physische hat ein paar Punkte in der physischen Verteidigung mehr, aber dafür ist es in der speziellen Seite weniger. Also Fragons ist es nicht das beste defensive Pokémon. Es hat aber auch natürlich auch die Fähigkeit Speckschicht, das heißt Feuer und Eisattacken treffen das Pokémon nicht so hart. Das könnte auch nochmal gut sein für das Pokémon, also hat es mit der Fähigkeit zwei Resistenzen, nämlich Eis und Feuer. Feuer ist eigentlich immer gegeben in einem Team, Eis ist auch eine sehr gute Coverage-Attacke. Aber ich finde ja erst nicht, dass das der ausschlaggebende Grund sein sollte, warum man Fragons überhaupt spielen sollte. Die Frage ist eher, sollte man Fragons spielen? Ja, ehrlich gesagt, sollte man dieses Pokémon vielleicht nicht spielen. Auch wenn ich es in meinem Playthrough benutzt habe. Aber das ist wieder eine andere Geschichte, denn es geht hier im Competitiven darum, wie gut ist ein Pokémon. Und ich muss sagen, Fragons ist in der Defensive gar nicht gut. Auch wenn man sagen kann, durch die HP tankt es etwas, aber ich finde, man kann es mit Knudlow vergleichen. Auch wenn Fragons hier bessere Defensive wird, Knudlow hat sehr, sehr viel HP, aber tankt gar nichts. Es wird trotzdem getushottet. Und das Blöde ist bei Fragons, dass es wahrscheinlich auch meistens getushottet wird. Und wenn nicht, ist das auch kein Problem, da leider dieses Pokémon kein Recovery hat, nur Erholung. Und das reicht jetzt nicht aus, dass man dieses Pokémon defensiv spielt. Also wie kann man es sonst spielen? Offensiv. Wenn man sich jetzt die Startswerte ansieht, sieht man gleich, dass das Männliche mehr Baseangriff hat. Also wird man eher das Männliche statt den Weihligen spielen, was ein bisschen schade ist, aber das ist okay. Also, das Männliche hat 100 Baseangriff, also reicht es auf Level 50, 167, wenn man ein hartes Wesen spielt. Oder auf Level 100, 328. Und das ist eigentlich schon stabil. Man kann es natürlich dann noch mit Wahlband ausrüsten oder mit einem Lehmsorb. Und dann macht es ja eigentlich auch schon guten Schaden. Aber das Blöde ist, wie spielst du das dann? Willst du die restlichen EVs in HP, also in die KP, demonstrieren, aber das hat jetzt nicht die besten DFS-Werte. Und Normal-Type, das ist jetzt auch nicht so gut. Und der Speed von diesem Pokémon mit 65 Base-Speed, ja, ist jetzt nicht gut. Frohes Wesen zum Beispiel oder Scheu erreicht es nur. 128 Speed und das ist jetzt nicht wirklich das Gelbe vom Ei. Also man kann sagen, Fragunz hat es nicht die besten Werte. Wenn man es wahrscheinlich spielen sollte, eher offensiv, auch wenn es nicht so viel Damage machen wird. Aber sehen wir uns mal an, wie man Fragunz eigentlich spielen könnte. Mir ist eigentlich nur ein Set bei Fragunz eingefallen, wie man es spielen könnte. Auch wenn Fragunz jetzt nicht wirklich das stärkste Pokémon ist. Wir wollen Fragunz hier offensiv spielen, mit den Wal-Bahn oder mit dem Lehm-Sorb. Das kommt drauf, was die vierte Attacke sein soll. Bei der Fähigkeit Speckschicht natürlich. Fragunz, das männliche und das weibliche Fragunz, haben Signature-Fähigkeiten bekommen, aber die sind nicht gut. Und deshalb spielen wir Fähigkeiten. Interessant, dass sie Signature-Fähigkeiten bekommen haben, aber die sind nicht gut auf diesem Pokémon. Bei den Wesen kann man sich entscheiden, will man hier hart oder froh spielen. Wenn ihr das Wal-Bahn-Set spielt, solltet ihr hart spielen, froh, wenn ihr das Lehm-Op-Set spielt. Denn das Lehm-Op-Set ist ein bisschen anders. Die EVs gehen alle in den Angriffen-Speed. Es hat sehr viel HP, da braucht es jetzt nicht wirklich die EVs in die KP. Es soll Damage aus der Hälte, es soll auch ein paar Pokémon aus Speeden. So, bei den Angriffen ist die erste Attacke Risiko-Tackle. Ich freue mich ehrlich gesagt, dass das Pokémon Risiko-Tackle kann. Risiko-Tackle ist eine sehr starke Attacke. Fragunz bekommt auch nochmal Step dazu, weil es Normal-Type ist natürlich. Und dann wird die Attacke nochmal durch das Wal-Bahn oder durch das Lehm-Op-Set, auch wenn es Recoil bekommt natürlich. Fragunz soll so viel Schaden austeilen wie möglich. Die zweite Attacke ist Knudler für Kampf-Pokémon natürlich oder für Unnicht-Pokémon. Wir brauchen auf jeden Fall Courage für Kampf-Pokémon, deshalb hier Knudler. Die dritte Attacke ist Frust-Stampfer, denn ehrlich gesagt, es ist Normal-Pokémon. Es wird nicht an Stahl-Pokémon vorbeikommen und Frust-Stampfer ist die beste Attacke gegen Stahl-Pokémon bei Fragunz. Und deshalb spielen wir Frust-Stampfer, auch wenn sie jetzt nicht die stärkste Boden-Attacke ist. Bei der vierten Attacke wird es ehrlich gesagt eher interessant. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr das Wal-Bahn-Set spielt, Zahmbomben, denn da müsst ihr euch auf eine Attacke locken. Und Zahmbomben ist stärker als Wegbereiter. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was ist Wegbereiter? Wegbereit ist eine neue Attacke der neunten Generation. Die Attacke ist nämlich eine Pflanzen-Attacke mit Base-Stärke 50. Aber, ja, ihr fragt euch jetzt, was ist das Gute an der Attacke? Die erhöht den Speed von einem Pokémon, die die Attacke eingesetzt hat um 50%. Und das kann Fragunz wirklich sehr gut helfen. Deshalb, wenn ihr Wegbereiter spielt, das Leben-Warp-Set. Ich würde trotzdem das Wal-Bahn-Set präferieren, denn es soll einfach Schaden raushauen mit Risiko-Tacke. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr die Coverage-Attacke drücken werden, die verschiedenen. Aber, wenn ihr Wegbereiter spielt, wegen dem Speed-Boost, dann auf jeden Fall Leben-Warp. Denn ihr wollt euch nicht auf Wegbereiter fokussieren, denn es ist eine Pflanzen-Attacke mit Base-Stärke 50. Also, er ist nicht die stärkste Attacke. Wenn ihr euch auf eine Attacke fokussieren wollt, mit Wal-Bahn, dann auf jeden Fall Risiko-Tacke. Das war's auf jeden Fall mit dem Video, wie spielt man ein gewisses Pokémon. Heute ging es ja um Fragunz. Und ich muss leider sagen, Fragunz ist es nicht das stärkste Pokémon. Es ist ein normaler Pokémon und es hat keinen guten Speed. Es hält auch nicht sehr viel aus. Es hat sehr viel KP. Aber ich finde, es hat das gleiche Knudelhoff-Syndrom. Es hat sehr viele Attacken, ah, sehr viele KP. Aber es tankt jetzt nicht sehr viel. Hätte es vielleicht eine Recovery mit Genesung, könnte man es zum Beispiel mit Stockpile spielen. Dann würde es einen Deathboost bekommen. Dann mit Body Brass könnte man es spielen. Aber, da es eine Erholung hat, könnte man Rest, Sleep, Talk, Stockpile, Body Brass-Set spielen. Aber ehrlich gesagt, ja, jedes Geist-Pokémon-Walter-Set. Deshalb würde ich sagen, man sollte für uns eher so spielen. Speziell kann man es auf jeden Fall nicht spielen. Man muss es physisch spielen und auf jeden Fall mit Risiko-Tackle. Denn es soll ja auch ein bisschen Schaden raushauen. Man könnte die Rest-HCMV-Stadt-Initiative in KP investieren. Aber es ist nicht bulky, es hat ja schon sowieso sehr viel H-Spiel. Deshalb denke ich, sollte man es die Rest-HCMV-Stadt-Speed packen, dass es gewisse Puppen-Walter-Speedet. Und vielleicht auch ein paar Kills mit Risiko-Tackle bekommt. Und wenn ihr das Leben-Walter-Set spielt, auf jeden Fall nicht Samenbomben, sondern Wegbereiter. Aber sonst immer Samenbomben. Das war es auf jeden Fall mit dem Video, wie spielt man Fragunz. Fragunz, ich denke ja, Fragunz würde im P-U-N-U-Tier, also in ein niedriges Tier kommen, dass es nichts Besonderes hat, was das Pokémon hervorstechen lässt. Auf jeden Fall Leute, danke fürs Zusehen. Bis dann. Ciao. Ciao.